Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit Donald Pascalis. Heute spielen wir Lego Fortnite. Und ja Leute, Pascalis hat auf seinem Kanal seine ersten Videos rausgeklauen. Leute, ihr könnt gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Ihr müsst entweder klicken hier in der Videobeschreibung einfach auf den Namen. Oder, was ihr auch machen könnt, ist, ihr geht einfach auf meinen Kanal bei Überwicht nach ganz unten. Da könnt ihr auch einfach zu seinem Kanal. Der Kanal heißt einmal Pascalis. Okay, dann wollen wir starten. Gib mir ja meine Brachenholz. Pascalis, ich muss dich leiser machen. Hilfe. Oder nee, ich mache einfach das Game. Übrigens, Leute, in einem meiner letzten Videos habe ich meinen Namen genannt, Leute. Von daher, Pascalis, du kannst mich jetzt immer mit meinem echten Namen. Heute kann ich Holz schabbeln. Warte, geh mal da weg. Nimm, Pascalis, mach. Äh. Nee. Hier. Äh. Easy. Greenspon Position. Easy. Pascalis, flieb einfach. Wir wollen doch bis zum Tag. Oder geht das hier? Pascalis, gehen. Oder geht das bis zum Tag? Nee. Nee. Ich bin bei Minecraft. Gerade. Geh, Leute. Hör. Was ist? Ach, Blumen. Blumen, Blumen. Pascalis, was wollen wir bauen? Was wollen wir bauen? Was bekommen? Ähm. Wie wäre es mit dem Sägewerk? Was geht? Das. Wer? Das. Oh. Easy. Easy. Pascalis. Werf. Fackel weit werfen. Piu. Piu. Ähm. Pascalis, eine Aufgabe. Wir... Pascalis, wir haben eine Aufgabe jetzt. Also... Okay, schön. Oh. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Warte, ich habe, ich habe... Komm. Äh. Nee. Hier. Leute, ich bin verzweifelt. Ich kriege das nicht hin. Ich habe das so lange nicht mehr im Spiel. Auftakt. Pascalis, hast du zufällig Granit? Ja. Ja. Also, hast du Granit? Ja, ich habe. Gib mal, dann könnte ich... Oder... Oder nee, erst mal einen Dorfplatz. Pascalis, ich bräuchte vier Granit. Vier. Nur vier. Vier. Okay, was ist... Nee, sogar nur zwei. Und jetzt Comeback. Oh, ich habe Hunger. Pascalis, Comeback. Wir müssen zurück. Leute, lasst übrigens ein Like und ein Abo da, falls wir noch ein Part machen sollen. Leute, Pascalis hat schon sein zweites Video übrigens heute rausgehauen. Leute übrigens... Ja. Leute, Pascalis, ich hatte in einem meiner letzten Videos einen Experience Horror Gang gespielt. Und das hat er auch auf seinem Kanal. Aber leider redest du nicht auf deinem Kanal, Pascalis. Warum eigentlich nicht, Pascalis? Was? Warum redest du eigentlich nicht auf deinem Kanal? Ähm, ich weiß nicht. Okay. Okay, wir müssen noch ein paar Mal gehen. Wie mache ich? Seriously? Yes. Warte. Was? Wie mache ich das? Was machen? Ey, die will jetzt. Habe ich doch schon. Ja. Hast du vier Holz vielleicht für mich? Ey. Hättest du vier Holz? Vier Stück? Ja. Warte. Nein. Oh. Ich will es. Da müssen wir wohl noch mal gehen. Ja. Äh, wer wirst du? Ich dachte, es war ein Skate. Leute, eine Sache. Ich spiele gar keine Fortnite richtig. Aber jetzt bin ich aufgelabelt. Yay. Das ist klar. Ich bin aufgelabelt. Das ist klar. Das reicht. Das reicht. Ich brauche. Ich brauche nur. Ich brauche. Oh, dieses Sound sieht gerade so laut. Ja, okay. Pascal, es passt schon. Also Leute, wie gesagt, lasst ein Längen. Oder falls wir noch ein Part machen sollen. Weil, macht echt Spaß. Boah, ich kann nicht sprinten. Ich bin aufgelabelt. Ich bin aufgelabelt. Pascal ist, guck dir es mal an. Jo. Pascal ist, nein, nicht hier. Ich glaube, beim Regen geht das nicht. Nein, ist Regen nicht. Aber wenn. Ah. Ich habe eine Idee. Okay, ja. Nee, lass. Ich habe eine Idee. Oh, nee, das sieht so kagge aus. Aber müssen wir. Warum kann ich das nicht placen hier? Nee, das ging doch gar nicht. Pascales, jetzt kann es hier nicht mehr richtig regnen. Okay, wir haben Hilfe. So? Du? So, Pascales, werf doch nicht in die Fackel weg. So, Pascales, der sammelt jetzt Items für uns. Ja, ich weiß. Und Pascales, du hast eine Fackel weggeworfen. Ich weiß. Ich habe eine Fackel. Okay. Ähm, so. Pascales. Ja. Ja? Ich muss essen. Okay. Okay, Leute. Nein, 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 nein. Ne, zehn Minuten. Okay, Leute. Aber das war es erst mal mit Part 1, weil ich sehe, wir sind schon bei acht Minuten. Okay, Leute. Das war es mit Part 1. Pascales. Das war es mit Part 1. Okay, Leute. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.